Hey, sorry, darf ich dich schnell etwas fragen? Was bist du für Beruf? Ich bin Bauführer. Ah, mega cool. Bist du für das ins Gymnasium? Nein, ich habe mit einer Lehre als Mauer gestartet und habe mich dann wiedergebildet. Ah, was wirklich? Kannst du noch etwas mehr erzählen? Ja, klar. Ich bin mit 15 in die Lehre und habe mich für eine Mauerlehre entschieden, weil ich immer gerne draussen gearbeitet habe, immer gerne etwas mit meinen Händen gemacht habe und man zu Abend sieht, was man den ganzen Tag gemacht hat. Nach meiner Mauerlehre durfte ich schon kleine Projekte machen und diese selber führen. Irgendwann wurde es für mich Zeit für eine Weiterbildung. Ich habe mich dann für die Bauführer-Schule entschieden. Ich habe dort eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann die 3-jährige Schule absolviert. Mittlerweile bin ich seit 6 Jahren Bauführer. Meine Haupttätigkeiten dabei sind zu überwachen von Kosten, Terminen und Qualität auf Bauprojekte. Vor etwa eineinhalb Jahren habe ich mich entschieden, um noch ein Nachdiplomstudium in Betriebsökonomie zu machen. Das aus dem Grund, weil mein Job sehr viel mit Wirtschaft und wirtschaftlichen Aspekten zu tun hat. Die Mauerlehre hat mir wirklich die Flügel verleiht. Ich hoffe auch dir. Bis zum nächsten Mal!